Okay, von daher ist der Tietam Pizzamacken. Am Stich, der hat nur bei 12 Stunden gegangen. Und nun ist der Reut, nun wollen wir Pizzamacken. So, und ich sage vielleicht nicht, dass ich den Mehl, den ich gebraucht habe, um den Dich zu merken, was das für Mehl ist. Und das sagt, ob Englisch sagt, null, null. Dort hat er mehr Protein. Aber wenn ich nicht so ein Mehl kann, kann ich mit dem Stuhl tröbeln. Das ist das jeweilige Mehl, was ich gebraucht habe. So, und nun hat die Wiese wird den Sitz. Der hat nur in der Nacht gestohlen, der Dich. Und da war alle Pizzamacken. Wir haben noch viel gemerkt. So. Dankeschön. Du hast nur gecheckt, aber nun haben die Feuerballs hier gegangen. Feuersteck haben wir hier. 12 Stunden haben wir hier gegangen. Nun sind die Reut zum Pizzamacken. Und das ist sehr einfach. Weil ich gerne so ein Mehl mit dem Stuhl tröbeln 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 tröbeln. Das ist hier ein Fein im Stuhl. Und diese wird eigentlich gebrochen. Die kommen von Italien. Das wird sie da gebrochen. Das sind sehr feine Backelschäden. Die haben alle gebrochen. Und alles, was die noch machen, ist Salz. So viel, was ich hier glaube. Und was die tun, ist, die tun das mit dem Heng. Das Schmarrt hat einen Spratz. Einmal, was die tun, das? Mit dem Heng. Ein Fein merken. Sehr fein Fein merken mit dem Heng. Das ist nicht mit der Maschine. Das wird mit dem Heng. Und ich wollte das sehr fein quitzen. Und dann habe ich heute alle vom Tag, was die alle Spratze aufgewascht haben. Ich wollte mit dem Heng. So. Ja, das wird schön. Aber da muss ich die Heng haben. Nun, guck dir mal. Wof haben wir das Fein geknett haben mit dem Heng? Das ist ein bisschen chunky. Das ist ein bisschen klüttrig. Aber das ist, was wir dort wollen. Das ist, was wir dort anbieten. Und dann haben wir Salz. So viel ist hier entlaufen. Einmal ein bisschen ab einmal. Und dann wird es anbremieren. Und dann schmeckt es dort. Und dann dort noch was wir Salz machen. Und dann fehlen dann noch Basil oder Oregano. Oder irgendwas. Dort dürfen wir hier ein bisschen an Pizza. Dort dürfen wir die Pizza mehr an die Irs. Was auch nicht schmecken. Aber wenn wir hier nicht alles an Spitzchen machen. Und dann abkirken. Und dann weiß ich nicht, was alles dann schmeckt. Das immer überrein. Das ist das kann doch besser ändern. Was in der Welt. So, da. Nun habe ich den Reut. Die braucht nicht abgekirkt. Nichts. So. Nun wollte ich wissen, was wird nächstes geworden werden. Na ja. Nun habe ich den Saus hier so fein reut. Ich habe ihn fein gesollen. Das ist wie den Wohl. Dann würde ich ihn schmecken. Oh. Aber der schmeckt rein. Der Buckelzahn, der hat fein geschmackt. Ich hoffe, ich kann die auch fein. Dann schau. Und nun habe ich Pizza mehr an. Na ja. Nun habe ich mich zu checken, was wir hier sind. Hier haben wir einen skroten oven. Den haben wir von Bernegrunst mit Tellen gelegt. Und nun habe ich mich zu checken. Hier haben wir mit Ecken haltet Feige mehr. Und nun habe ich den mit Steck Fivs aus. Und dann habe ich den Teigl verloren. Und dann habe ich den Pizzan ableihen. Und den Pizzan ableihen. Und den Pizzan backen. Gleich wird es ein Seier verstanden von dir. Okay. Hier haben wir die Mozzarella-Käuse in Witter-Käuse. Hier haben wir so eine kleine Strömung geschnitten. Viele Menschen, die dann den Teig fein riefen. Bei dieser, die dann noch eine kleine Bitter geschnitten. Und dann haben wir die Verschmelten. Die verbrennt nicht so leicht. Schöne mal ein bisschen kleiner, schön glanzer Finger. Schöne mal. Schöne mal. Schöne mal. Schöne mal. Das wird wieder von den Teigl ab. Die kann nicht finden rein, wenn wir sie dort wollen. Okay, da haben wir von einem Bolz zwei Bolz gemerkt. Hier haben wir ein bisschen Nahten. Wir wollen ein bisschen Brustheizen. Wir haben hier ein bisschen Seiernahtes Bolz. Wir haben hier ein bisschen Brustheizen. Und dann fangen wir an. Hier bitte ist das. Ihr habt ihr direkt nicht bei der anderen Seite. Von euch fährt eine halbe Zahl oder drei Achtel-Zahl. Dann fangen wir das an. Dann fangen wir das an. Immer ein bisschen. Wieder öterraten. Nicht ganz bei der Seite. Ihr wollt an der Bitterkante ein bisschen reingloten. Mit so einer Seite. Das wird man hier in der Ferne-Karage geben. Dann fangen wir mal. Das wird ein bisschen Kleiner geben. Wir wollen ein bisschen Brustheizen machen. Ich glaube, das wird fern schaufen. Dann fangen wir an. 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 die Zaufe in der Salsen. Dann fangen wir an. Die Nebeln Salsen. Dann fangen wir an. Das wird ein bisschen Leid. Das ist das. Ich werde es an die Pizza geben. Das wird einen Müllち. Dann kriege ich das zu süppig. Nicht ganz bei den Korn, vielleicht bei den Zoll oder so. Und dann nehmen wir das und nehmen den in den Ofen für ein Stück 4 Minuten. Und dann machen wir das auch wieder ab. Dann haben wir den Ofen abgedreht in 400 Kronen und dann nehmen wir den in den Ofen für ein Stück 4 Minuten. Und dann nehmen wir den in den Ofen und nehmen das auch wieder an. Und dann nehmen wir den Ofen ab. Okay, jetzt haben wir das über 5 Minuten. Und dann nehmen wir die Fiefer nach Kroo an und dann werden wir die Auf und nehmen die Auf und nehmen die Auf. Und dann werden wir die Auf und nehmen 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 das noch etwas Depos. Und dann, was wir hier haben, ist, wir haben hier ein Leben geplant, das lässt die Käse sein. Wir haben ein paar Blätter ab, wie du willst, wie du hast, die Käse im Stuhl noch mal töten. Und dann, da haben wir die Käse dann ab und das wird die Original. Das ist da wie Keinfleischbogen. Und das ist da, wo wir dann einmerken mit Käsebogen. Trägt das Stoff. Und dann, und dann, das einzige was wir tun, ist, da haben wir nach dem Vorlag alle oilend ab. Das ist ja für dort ein Seier, das ist ja scheinbar Geschmack. Nun, wir haben die Träge im Oven nähen, für nach ein paar Minuten, und dann erst der Reit. Und dann, um zwei, drei Minuten, dann nehmen wir einzige Mal, dann die Nehmen, ein bisschen ran drehen, auf ran drehen, und dann wird die Warte toll. Okay, sieben Minuten sind wir vorbei gegangen. Nun, wir werden mal schauen, wo es sieht. Holy Meister! Wir schauen, das sind blauicles ourselveschein Nun wir werden nur den folksch machen. Wie schauen wir, der mal von deURAND von dir? Die Seiaschein Nunann müssen wir den Wir Josch machen. capable destruction Wir haben hier ein paar Blätter so noch ab, weil das kann, glaubt man nicht, braucht es nicht. Und das ist bloß ein Prostock. So mögen Sie das hier schauen wir bloß ein bisschen Kaisen, ein bisschen Salz hinab. Opa, ach, die Gewalt ist. Die Kaisen sind so fern reich. Die Kaisen sind so fern verschmalten und nicht verbrannt. Schau mal. Nun werden wir dort schmecken. Okay, dann werden wir das mal schmecken. Das Prostock hier mit dieser Pizza. Und das hier sehen wir. Das ist bloß ein bisschen Salz ab. Opa, die Kaisen sind so fern brün. Wow. Gut erscheinen. Nun kann ich den Fischstall, nun wo wir nach der Pizza machen, mit aller Fleisch zu buchen. Und dann die Kaisen, die in der Bütterkante, wo wir noch vollstab mit, mit dem Fleisch und Kaisen. Mmmmm. 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 Reis. Ich will so reis von der Bütterkante, entfernen weg von den Baum. Nun kann ich wissen, wo wir die nächste Pizza wollen werden. Das ist bloß ein Prostock. Jetzt bloß zum Tänern schwingen. But. Uuuuuh. Mann. Mamma mia. Süße dann in Italien sein. Mmmmm. 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 Okay. Hier haben wir eine Bahn, eine Teuböcke. Das hat über 2 Stunden gegangen. Und dann da wir hier mit den Fingern stehen, ein bisschen starten. Nicht ganz breng, wie wir an die Kante laufen. Du hast es starten. Und dann fahren wir einmal auch ein bisschen wieder zu gehen. Du ach, kiek die mal. Das fang da unten so ja. Schmocker Pizza zu geben. Einmal ein bisschen wieder, ein bisschen wieder. Du ach, kiek die mal. Jetzt. Die meisten. Ja, hier gibt es in Semin SAR. Hier müssen wir mit einem Nade aber etwas ver体renth簇. Jetzt schauen wir auf bleach los. Ohh. Inschaudst, hier sind gemen recuperaten. Inер��, das ist ein bisschen Narthe. Was ist denn designiert, dass solltet notifications sein. den Mehl dazu und dann schmieren wir den Sauce ab. Okay, dann haben wir hier eine von eurem Tiernzahler Pizza. Wo wir den Sauce salzen ein bisschen ab. Und dann, wo wir den steckt feier, fünf Minuten ist am Baken. Dann haben wir den abgedrehten 500 Grad Fahrenheit. Und dann, und da war wir dort immer wieder ab. Nu war wir, klatsch ist das, wo wir das jetzt am Oven nehmen. Wir wollen da jetzt ein klein bisschen, äh, so ein Peppercin an ab. Und ein klein bisschen Oregano. Und wenn wir das jetzt am Salsa nehmen, oder hier was am Pizzan ab, dann haben wir ein bisschen mehr Kontroll, wo wir den Pizza-Wald machen machen. Und dann, klatsch ist das. Wir haben den jetzt für vier, fünf Minuten am Oven nehmen. Okay, jetzt sind 500 Grad Fahrenheit und wir haben den hier nehm. Wir haben den steckt, fünf Minuten da ich mal Baken. Und dann fangen wir wieder. Hier haben wir den steckt, zwei, drei Minuten gebackt. Und dann, da wir den Pizza, hier von oben, wir haben die Hohlfram drehen. Und dann, wir haben den drinnen. Und dann, wir haben den, Und dann, wir haben den Räumen, drei Minuten oder so. Und dann schauen wir, wir haben den, Und dann, wir haben den Fisch, vier, vier Minuten die Warte gebakt. Und dann, wir haben den Fleisch, das alles. Und dann, wir haben den süßlich, Und dann, wir haben den Pizza, hier mal, abdressen. Dann wollen wir hier ein bisschen Peperoni noch. Du hast es gerade so stört und dann wollen wir dann noch ein bisschen Salami noch. Wir wollen hier von euch für ein Nahtbeer Fleisch noch. Und dann wollen wir noch ein bisschen Schinkfleisch noch noch. Und dann wollen wir hier noch Pilzchen ab. Und dann wollen wir hier noch den Kaischen ab. Wir haben hier alle Eier gesüttelt. Hier alle wegen den Kaisen ab. Ein Pilzchen hat wieder Eier. Da haben wir hier alle noch ab. Uiuiui. Was lebe ich durchfahren? Wann das nicht wird, scheint schmecken wir das nicht. Und dann nehmen wir noch weiter hier ein bisschen von diesen Stühlen. Hier ein bisschen Beselbläder. Dann wollen wir das dort eben. Und wenn ihr den nicht habt, braucht ihr auch nicht. Also passt hier rein. So. Nun werden wir den am Oven nähen und noch einmal backen, weil die hier unten am Schmuck brühen ist. Und das wollen wir essen. Und das wollen wir essen. Okay. Nu wollen wir den hinneu. Nu wollen wir den baten. Das können wir 5-5 Minuten warten. Das können wir 5 Minuten warten. Aber die werden brühen und gehen aus. Und dann drehen wir den baten an. 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 Und hier ein Kaisen fängt an. Oh ja. Das ist ein Messer. Da ist 3 Minuten. Dann ist der rein. Säierschein. Okay. Nu habt ihr den Heimel feiert. Minuten oder 3-5 Minuten gekäppt. Nu kiekt er mal. Nu kiekt er mal. Nu kiekt er mal. Wo zettet? Seierschein. Nu werfen wir den schmacken. Nu kiekt er mal. Sätt er auch den schmacken. Oder set er auch den schmacken. Wow. All diese Arbeit hat das gemacht. Nu kiekt er mal. Nu werfen wir den mal verschneiden. Hör ich den mal her. Bütterkorn so knusprig. Ah. Katered hier. Wow. Das macht echt seinen Essen karsch. Wow. Nu werfen wir den schmacken. Hör ich den mal her. So knusprig an den Bütterkorn. So knusprig an den Bütterkorn. So knusprig an den Bütterkorn. So fände ich. Ich will den schmacken. Nu werfen wir diesen Pizzaschmacken. Und da ist soviel. Ich will nicht spüren. Pizzabacken und das hat Regen mit dem Morgen. So war es um die Bären am Ofen. Die meisten Menschen haben immer wieder mit Bären am Ofen. Die sind dort leid. Die sind wo ich dort leid. Und dass ich immer sei. Weil wir sehr dankbar sind. Gott ist gut. Gott hat uns hier nu gesehen. Die Bestrücklung mit Feiern und Holz. So reden in diesem Werk. Wir sind sehr dankbar. Und nu hat wir uns gesehen mit diesem Pizzaschmacken. Na guck die merken dennoch. Nu werfen wir den schmacken. Ich habe den Schmacken ges Definetiv. Und das war es für Dich über die Schmacken. Noch nicht. Das war ein wenig so. Ich habe den Schmacken geschenkt. Ich war's mit dem Wasser und die Tür. Ich habe die Schmacken geschenkt. Ich wollte dich nicht. Das wird uns nicht leidsammt. Die D-K-Einheit nachher, die Nächsten nach den Märchen. Wow! Mh! Mh, 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 Mh! Mamma mia! Wow! At my time. Schöne haben wir es nicht können bleiben. Dank Schönen braucht es doch. Mh, 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 Mh! Okay, die Nächsten Pizza, den wollen wir merken. Hier haben wir das Bananen-Schenkelfleisch an dem Heim. So, hier die Stremmel. Da wollen wir dann ein bisschen Käus. Das ist dort. Dann wollen wir das abrollen. So. Dann wollen wir das hier an dem Bitterkont. Das wollen wir in den Heimel wissen. So. So. Und dann haben wir ein bisschen abrollen. Das ist ein kleines Wurst hier. Und dann war da drinnen am. Mit der Stadt. Das wollen wir noch einmal wissen. So. Dann wollen wir hier ein bisschen. Dann wollen wir hier ein bisschen. So. 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 And. So. So. Wenn man sich das ausdreht, dann wäre das immer perfekt, dann muss ich bloß sagen, dass es gut funktioniert. Ich habe mir hier alle ansteckt, aber ich sage dann bloß, dass es gut funktioniert. Jetzt habe ich es so, und dann habe ich es für 3-4 Minuten geblieben, damit der Kursch herunterbrünner wird. Da habe ich es so, und da habe ich es so, wie auch der Kursch herunterbrünner ist. Es ist so, dass es nicht perfekt ist, und das ist jetzt noch nicht perfekt. Das habe ich es so. Jetzt habe ich es so, 30 Minuten bis zu 3-4 Minuten, und jetzt habe ich es so. Was nicht perfekt ist, kann ich es so. Jetzt werden wir den hier nähern für den Stück 3-4 Minuten. In den 2 Minuten werden wir den ein bisschen rumdrehen. Und dann fangen wir wieder. In den 3 Minuten werden wir den hier ein bisschen rumdrehen. Das ist der Start. Und dann werden wir den hier nähern. Nach Hause muss ich 2-3 Minuten. Und dann werden wir den Rütt nehmen und dort voll Fleisch stappen. Okay, das sind die ersten Minuten von euch hier. Wir nehmen dort hier Rütt. Und ich klicke den mal. Der schmeckt, der abgepufft ist. Nun werden wir den voll Fleisch stappen. Und dann werden wir den gut backen. Und dann werden wir den vollen ein bisschen stappen. Und dann werden wir hier ein bisschen pilsen. Als es wird auch regern und leicht. Ein bisschen peppershautenpina. Und dann werden wir hier ein bisschen pilsen. Alle werden ein bisschen. In der Schrax ist stört. Und dann werden wir hier ein bisschen töysen. Und dann werden wir ein bisschen pepperoni. all the way in the best your pepperoni and you can do fleisches get a well whatever you fleisch hand my yes she makes an or whatever than there you thought you have run a bit schenkefleisch jamon or what's the name ham right to start to write a bit over go and then there is this one here what we do the street what we do the 90 bezel albahaca in Spanish come to start to write a book or not and then we are here in the house all the way in the bit over oh 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 really good what a nice pizza with the pizza that is a thing that you can always want to fly whatever you like that's quite nice the place is that let's see what a little bit of flesh here and there and there now we are going to bake and then we are going to see what it is wow actually this is what it is in this house here and the house is full flesh and schenkefleisch stopt in ham so we are going to see what it is now we are going to stop and then we are going to bake okay we have here on the top here about 500 goose fair tonight stop right here and then we will do 3 minutes so bake and then we will have to faire it 3 minutes and then we will have to wait and then take 3 minutes and then go on ok now we are going to bake and then we have to cook it for three minutes so Jetzt haben wir drei bis vier Minuten und dann ist das gut. Okay, jetzt haben wir drei bis vier Minuten. Jetzt haben wir drei Pizza rein. Wow! Jetzt wollen wir essen. Jetzt haben wir diese Pizza rein, wo die Karte voll gestoppt ist. Jetzt machen wir das mit Schenkefleisch her. Jetzt werden wir hier mal eine Hals schneiden. Dann werden wir heute mal Säuerfernreich essen. Damit ist das dann krass. Jetzt werden wir hier mal ein bisschen rutschneiden, dann werden wir dort mal schmecken. Kracksach! Wow! Das ist jetzt aber sehr schön. Wow! Jetzt wollen wir die Wiesen, wo das schmecken wird. Okay, dann werden wir das mal schmecken. Was wieder Sorte und Otte, wieder Karte und Morte. Hä! Dann machen wir das. Jetzt werden wir das mal schmecken. Säge dir mal das. Oh! Rückser schein, schmacktig schein. Mh! Mh! Wow! Karte das dann. Ich kann mich nur auf den Schenken. Karte das dann. Ich kann mich nur auf den Schenken. Ich kann mich nur auf den Schenken. Ich kann mich nicht nur auf den Schenken.